Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel unseres TSV Steinbach-Heiger gegen den SGV Freiberg Endstand 4 zu 0 vor 840 Zuschauern. Wir haben die Trainer hier in der Pressekonferenz auf meiner linken Seite, Roland Seitz vom SGV Freiberg. Hallo Roland. Auf meiner rechten Seite unser Trainer Pascal Bieler. Herzlichen Glückwunsch zum Heimsieg und natürlich gebührt das erste Wort dem Trainer der Gäste. Ja, Dankeschön und Glückwunsch an Steinbach. Ich denke, wenn man 4-0 verliert, dann braucht man erst nicht mal groß in die Analyse gehen, weil das Ergebnis einfach zu deutlich ist. Das muss man fairerweise sagen. Wir sind nach dem 0-1 auseinandergebrochen, was normal so einer erfahrenen Mannschaft nicht passieren darf. Ja, es waren für mich zwei Situationen, wo wir einfach entweder das Quäntchen Glück nicht hatten oder vielleicht, wie soll man es erklären, das Ding einfach nicht machen. Das war die Kopfball-Situation nach einer Standard, wo wir einzelnen Führungen gehen können und es war für mich das Faul an der Mittlinie, wo ich um Gottes Willen keine rote Karte fordere. Ich möchte es mir einfach nur noch mal anschauen. Fakt ist, dass Bradara allein aufs Tor läuft. Klar, waren es noch 50 Meter, das ist richtig, aber letztendlich glaube ich, dass er letzter Mann war. Aber wie gesagt, ich möchte es mir noch mal anschauen. Es sind nämlich schon zwei Situationen, wo ich sage, gehst du in Führung, hast du eine gute Chance, weil wir gut gestanden sind bis zum Elfmeter. Bist du ein Mann mehr, hast du auch eine gute Chance, weil du einfach über eine lange Zeit um einer mehr bist. Aber hätte wenn und aber zählt, halt nicht im Fußball. Fakt ist, dass es nicht so passiert ist. Der Gegner nimmt das Geschenk mit dem Elfmeter an, also nicht geschenkt, dass keiner war, sondern das Geschenk, dass wir ihn gemacht haben. Nimmt es an und dann haben sie sehr gut gespielt. Wir haben uns nicht mehr gewehrt und am Schluss dann natürlich auch verdient gewonnen. Dankeschön. Ja, vielen Dank für deine Worte. Pascal, die Sicht von dir aufs Spiel, bitte. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Erstmal, wir sind sehr zufrieden, dass wir heute den Dreier zu Hause behalten haben. Ich glaube, das ist das wirklich erwartet schwere Spiel gewesen. Für uns war es das vierte Spiel in zwölf Tagen. Und wir sind immer die Mannschaft, die den Ball hat, immer die Mannschaft, die das Spiel macht. Wir sind auf einem sehr, sehr gut organisierten Gegner getroffen, der teilweise sehr tief stand, die Räume eng gemacht hat, gut in die Zweikämpfe gekommen ist. Und das braucht halt Geduld. Und es ist richtig, dass die erste klare große Chance nach dem Standard war, die dann zu unserem Glück nicht reingegangen ist. Das hätte es natürlich nicht leichter gemacht, aber ich kann den Jungs einfach keinen Vorwurf machen. Sie haben es versucht, sie haben versucht, nach vorne zu spielen. Wenn die Räume nicht da sind, dann geht es halt nicht, dann muss man geduldig bleiben. Und in diesem Zuge kann ich nicht verstehen, dass gefiffen wird. Das verstehe ich nicht. Wir haben in Freiberg damals die gemeinsame Reise begonnen. Wir haben furiose Heimauftritte gehabt. Wir haben als Gemeinschaft alles geschafft. Und ich möchte da auch jetzt nicht jeden mitnehmen, weil es gibt auch genug Leute, die uns unterstützen, von den 840 Leuten, die heute da waren. Aber diejenigen, die pfeifen, kann ich nicht nachvollziehen. Das Spiel geht 90 Minuten und wenn es nach 45 Minuten 0-0 steht gegen disziplinierten, gut stehenden Gegner, habe ich kein Verständnis dafür. Und das habe ich der Mannschaft in der Halbzeit gesagt. Und die Mannschaft hat nach der Halbzeit eine Reaktion gezeigt. Eisi hat direkt ein Tor machen können nach dem Standard. Wir waren drin. Wir kriegen den Elfmeter, einen berechtigten Elfmeter. Wir nutzen die Chance. So etwas braucht man dann auch ab und zu einfach mal, damit der Gegner vielleicht diese Organisation ein bisschen aufgeben muss, ein bisschen mehr aufmachen muss, ein bisschen mehr mitspielen muss. Nicht nur auf diese Umschaltmomente lauert, sondern auch mehr investiert. Und dann haben wir unsere Qualitäten und dann machen wir die Tore. Und dass es dann in einem 4-0 ausgeht, ich glaube, das war zur Halbzeit noch nicht abzusehen. Umso schöner ist es, dass es so ist. Wir haben gegen Worms 30 Minuten Unterzahl gespielt. Wir haben jeden Nackenschlag, den wir in Frankfurt erlitten haben, verschossener Elfmeter, nicht gegebenes Tor, klare Torschläge, die wir vergeben haben, haben wir alle hingenommen und haben heute hier weitergemacht. Und ich glaube, diese Mannschaft hat es nicht verdient, dass jemand pfeift. Und deswegen, ich bin total happy. Mich freut es für die Mannschaft. Mich freut es für den Arif Gütschelü, der den Ball aus zwei Metern nicht über die Linie bringt und heute zwei Tore macht. Und ich glaube, mehr muss dazu nicht gesagt werden. Wir haben wieder nur drei Tage Zeit, um uns auf Ahlen vorzubereiten, eine Auswärtsfahrt, wo wir einen Tag vorher hinfahren, wo wir wieder hinfahren mit dem Anspruch, das Spiel gewinnen zu wollen. Und ob es uns gelingt oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber mir war das auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, das heute zu sagen. Und ich differenziere das auch. Ich weiß das auch, dass wir genug Leute haben, die uns unterstützen. Aber ich hoffe, dass das nächste Mal dann alle als Gemeinschaft wieder aufnehmen und dass wir dann einfach diese Siege so feiern können, wie sie sind. Sie machen Spaß und ich wünsche euch weiterhin im Abstiegskampf viel Erfolg und kommt alle gut nach Hause und einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Herr Pascal, vielen Dank für deine ehrlichen, offenen und emotionalen Worte. Ich denke auch, dass die Leute in unserem Umfeld mit Sicherheit wissen, wer auf welcher Seite angesprochen ist, also steht hinter der Mannschaft. Ich will jetzt noch mal Pressevertretern hier die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Es sind keine Rückfragen da. Also dann wäre schön, wenn ihr euch die Highlights noch mal anschaut dieser Partie. Wir wünschen dem SGV Freiberg natürlich alles Gute für die weitere Runde. Gut organisierte Mannschaft. Ihr habt mit Sicherheit alle Chancen im Abstiegskampf. Mit Sicherheit. Pascal, viel Erfolg für das Spiel in Ahlen. Und erst mal heute Abend herzlichen Glückwunsch noch mal dafür, wie ihr euch da rausgezogen habt. In der zweiten Halbzeit war Bock stark. Allen anderen auch noch einen schönen Abend und wir sehen uns bald wieder. Hoffentlich vielleicht sogar am Samstag ab 13 Uhr bei Arnuss Event Gastronomie. Zum gemeinsamen Schauen vom Spiel Ahlen gegen Steinbach-Heiger. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.